Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Squibble Nuts Unlimited. Wir wollen weiter steuern und jetzt gehen wir in die Unterlinie. Mal sehen, welchen Leuten wir da helfen können. Willkommen in die Unterlinie. Gibt es nicht sowas wie Underline und das wurde total wortwörtlich übersetzt? Würde mich irgendwie kein bisschen wundern. Es gibt... Viele Sachen hier heißen ja auch der... Ähm... Der... Äh... Ne... Hungry Gergon... Ach, so dass man... Dass hier zum Beispiel steht, hungrige Gorg. Obwohl es überhaupt keinen Sinn ergibt, sowas ist häufig. Warum bin ich glücklich? Ich bin ein ambusanter Maxwell, warum auch immer. Und was ich noch sagen wollte, ich hab, ähm... Offscreen ein paar Sachen runtergeladen vom Steam Workshop. Und zwar eine Portal Gun. Höp. Sieht ganz cool aus. Ich... Will ja was, will ja was. Ich helfe ihm mal, mach das denn bei ihm. Bin so hungrig und dieser Automat ist leer. Äh... Adjektiv... Sat. Satte? Sanfte. Äh... Ne, dann mach ich... Was willst du denn am besten? Was ist denn nicht so langweilig? Essbare... Pistole. Revolver. Hier ein essbares Revolver. Oh Gott. Egal. Angreifen. Boom. Bam. Wasser... Ah, Gott. Dammit. Und da sieht man mal, was da so alles... Aus einmal erscheint. Egal. Äh... Ich hab hier noch meinen Todesstrahl. Damit werde ich die mal alle beseitigen. Hier. Angreifen. Weg. Verpisst euch. Nein. Warum krieg ich die ganze Zeit Schaden? Gucken wir gleich, ob ich irgendeinen Effekt habe. Wie viele sind das bitte? Ich hab nur einmal angegriffen, oder nicht? Angreifen. Verpisst euch endlich mal. Oder kann ich euch einfach... Oh, ich kann mich einfach in den Müll ziehen. Weg. 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 Du musst ein Alien. Du musst sterben. Okay. Äh... Ich bin hungriger, abgemagerter, erkrankter, sterbender. Was? Nein. Weg. Alles weg. Gut. Du hast doch die ganzen Sachen... Okay, weg. Weg. Ähm... Ich weiß, ich bin total nett. Egal. Ich könnte etwas Geld verdienen, wenn ich Fähigkeiten hätte. Sing... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vielleicht begabter. Bring einem Bettler das Angel bei. Okay, ich glaube, das war gut. Millionär, ja, von einem Bettler zum Millionär. Äh, nein, ich greife den nicht an Ich mache meine Todeswaffe Verdammt, ich mache meine Todeswaffe Immer wieder hin Genau da, gut Weiter, ich sollte besser diese Pfützen auffischen Wieso? Unsichtbare Kann man das irgendwie auch Oh, Tatsache Einfach nach oben klicken, man hat es auch Bist du zufrieden? Nicht? Okay, dann gebe ich dir halt Ähm Äh Ein Besen Ein Besen zur Hausreinigung Schön, dass man mit einem Besen Egal Ist ganz schön viel Hintergrundgeräusche Aber ich müsste trotzdem laut genug sein, hoffe ich doch Das war's mit dir Du willst eine Großaufgabe Ich hab keine Lust mehr zu stehen Liegende Liebende Lebende, Lügende, Lachende, Legendäre Lähmende Lähmende, nicht gelähmte Oh, das ist ein Unterschied Ja Geht sitzende So einfach geht das Man kann sich auch auf den Boden setzen Für meine müden Füße Was ist das? Ach, ein Drink Ich will ein Drink haben Gib mir mal ein Drink Aufsammeln Den Drink Du Äh Gemüse Stand werfen Gut Was willst du? Nix Willst du was? Ach, ich mach mal einfach das hier Du willst noch was Ich möchte was von diesem Stand kaufen Aber ich bin pleite Reiche So einfach geht das Und weil ich ein Dieb bin Mäh, mäh, mäh Nein, ich möchte das Geld haben Give me the money Lehren Sieht aus wie ein Keks Essbar So So leicht geht das Noch besser ist, wenn Geld zum Penster draufwerfen Was einfach aufzuesen Streetwalk Wo ich mich mit Musik gar nicht auskenne Das wird was werden Hey Er will ein Rockstar sein Zuerst braucht er ein besseres Instrument Äh Was ist denn Eine Mundharmonika Monika Harmonisch Dieses Instrument ist klasse Aber meine Band hört sich mit Weiteren Mitgliedern besser an Und warum habe ich da Für Weitere Mitglieder Äh Sing Nee Das ist zu einfach Singende Nee, ich Singende 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 Kartoffel Ich habe keine Ahnung, wie ich auf Kartoffel komme Singende Habe ich das nicht geschrieben? Oh Gott Eine singende Kartoffel Und tanzen soll sie auch noch Das nenne ich meine Band Jetzt brauchen wir Ausrüstung Für eine echte Show Wirst du eigentlich Ein Vater Gut Äh Eine Was weißt du? Ausrüstung Eine Bühne vielleicht Keine Ahnung was wir mit Theaterbrett Oh yeah Riesiges Plakat Häss Lich Haha Trotzdem danke Und die tanzende Kartoffel ist immer noch da Oder singende Ist ja auch egal Levelfall vollständigt Ja, ich bin der Pro Und ich habe mich auf die Uhr gehuckt Ich bin auch Das ist Super Schlauch von mir Egal Mach einfach noch ein bisschen weiter Wenn es zu lang wird Dann splitte ich das halt Hübenhöhen Willkommen in Hübenhöhlen Oder in Hüfen Ich habe keine Ahnung Da ist ein Typ Da ist noch einer Da auch Und da ist nur Opa Opa Alter Mann Willst du was? Äh Harmloser Großvater Wenn du so harmlos bist Dann Nein Mach ich nichts mit ihm Wer will was? Ich fange einfach mal hier Links an Was willst du denn? Hilf mir mit den Vögeln Freundschaft zu schließen Samen So einfach geht das Zu den Vögeln gegangen Du, warum wolltest du was? Ich muss diesem Hund Einen Trinkbrei bringen Äh Talentierte Okay, dann vielleicht Ein Radioaktiven Radioaktiven Radioaktive Von mir aus Ast Da Oh Ups Äh Der Stride Splitterzähler wird rot Sobald Splitter nicht mehr sammelt Was sind Sonst Sonst wäre mir zurück Ja, ja Mach ich Hoppla Ich war es nicht Äh Vielleicht dann doch nur Nicht radioaktiv Sondern Gift Gifftige Stock Klappt Hundetraining Mit einem giftigen Stock Gut Der Tesselmutter müsste ja nicht sterben Hey, was soll das? Hey, langweilig Gute Arbeit Um die neue Welt Bauernhof Hi Rex der Dinosaurierjäger Warum auch immer ich jetzt dieses Errungenschaft Dieses Errungenschaft Diese Errungenschaft gekriegt hab Ist ja auch egal Angabonga Angabonga Nomnomnom Hm? Oh, ein Dinosaurier Deswegen Lecker Ja Lern zielen Idiot Oh Die Arme Weiter ist er völlig aus Stein Jetzt ist das frei Ein bisschen habe ich noch vor Ein bisschen haben wir noch vor uns Ähm, bevor der Part zu lang wird Gucke ich jetzt mal kurz wie lange er ist Wenn er schon lang genug ist Weil ich sage Bis zum nächsten Part Wenn er noch nicht lang genug ist Dann schneide ich noch Was hinten dran Also Bis gleich Und Tschüss Und Ende Auch 5 Minuten gehen noch Also Würde ich sagen Wir machen hier noch kurz Ein paar Splitter Und Ja Mal gucken Wer wollte denn noch Hilfe hier Du wolltest Hilfe Wirst du unseren Ball zurückholen Tritt nicht auf den Rasen des alten Mannes Hof Äh Wenn der Hof einfach unzerstörbare Ist Geht das dann? Hm Äh Vielleicht Wenn er einfach Tod ist Ah Ja Tod mit T Tode Gut Bitte Da Geben Aha Schön Runter von meinem Rasen Ja Äh Jetzt kannst du doch wieder leben Gut Jetzt ist dir das egal Wenn ich drauf trete Ist klar Hilf mir ein besserer Basketballspieler zu werden Du musst doch einfach nur sportlich sein Sportlich Sportlich Oder Reicht das nicht? Hm Soll ich dir einen Basketball geben? Vielleicht Hier Ja Anhänger Stehen Äh 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 Ne Ich muss Ne Ich muss mich selber nehmen Und dann Fliegende Unzerstörbare Bahre Oh Jetzt geht der runter Ne Ist klar Hier Gib mir dein Geld Danke Was wirst du? Ein Cheerleader Ein männlicher Cheerleader Dazu sag ich mal nichts So Die haben alle Geh mal weiter Ist hier noch irgendwer Das Haus hat ein Problem Ist es doch ein Haus, oder? Ja Was kann ich für dich tun, Haus? Dieses Gras ist zu hoch Objekt leeren Klettern Ich bin geklettert Hat man das gemerkt? Gut Ähm Dann Fliegst du einfach Geht das? Fliegendes Stadthaus Äh Feuerzeug Wenn ich jetzt einfach abbrenne Brenne Brenne Ihr müsst alle verbrennen Ah Okay Ich hör auf Hübscher Rasen Hier Feuerzeug Blumenbeet Kann ich nicht ändern Schade Äh Du willst was Du willst was Ich muss das schülle Aber ich würde Deuce will mir wehtun Ist das Deuce? Ängst Ne Doch Ängstliche Hä? Sich um Deuce kümmern Ball Äh Ball Wenn ihr euch fragt Warum Werfen Oh man Ich wollte ihm Schaden Zufügen Schade Du hast wie ein ganzes DIY Du hast was Diese Pütze wird kalt, wenn ich sie zu Fuß liefere Ähm Dann nimm doch einen Mac Roboter Roboterfahrzeug, meine ich Hier Gut Ich glaube, das wird nicht so gut Egal Du willst doch bestimmt was Probier mal meine neuen magischen Filme Leckerbissen Verbrauchen Ui Du bist was du isst Es geht um die Wurst Banane Bist du zufrieden? Ja bist du 8 von 10, die 2 helfe ich noch Ich wünsch dir jemand gäbe mir etwas romantisches Wie in einem Film Eine Popcorn Tüte Meine Serabelle ist jeden auf dem Bildschirm Dreidimensional aussehen Jetzt wirst du ein romantischer Romantischer Äh Geiziger Und jetzt gebe ich dir Geld Lege ich Geld hier hin Ich liebe Skrimmenhauts Siehst du, so leicht kann man zusammen sein Äh, wer wollte noch was? Ja Ne Hm Was mache ich denn da? Objekt arbeiten Tod Gut Und du bist Nett Ähm Äh Lieb Liebe? Gewaltlose Gewaltlose Gewalt Gewaltige Geistlose Egal Was? Ich verstehe gar nichts mehr Warum zum Beispiel hat er da den Geldschein gegessen? Ähm, was kann ich denn da auf erscheinen lassen? Ein Pferd? Geht das, wenn ich einfach ein Pferd hier so da Yeah, dreidimensional Jetzt in 3D Jetzt Du kannst es auch als Flux spielen Ist das Flux? Ui Tut mir leid, mein Bruder Alles wieder normal Und ich sehe auch nicht komisch aus Gut, dass es dir gefällt Dann würde ich sagen Das war es jetzt wirklich für den Part Nächstes Mal machen wir die 2 ganzen Starwights in diesem Level Danke fürs Zusehen Bis dann und Tschüss Bis zur Endlichkeit Und noch viel weiter Oh, das ist eine Decke Bis zum nächsten Mal